Servus YouTube, heute möchte ich euch einmal zeigen, wie ihr den Verschlinger auf schwer besiegen könnt und euch entsprechend auch die Module präsentieren, die ich eingesetzt habe, die ihr haben solltet, um das Ganze möglichst einfach zu machen, denn Überleben und so viel Schaden wie möglich zu machen, ist der Schlüssel zum Erfolg. Er hat eine Anfälligkeit gegen Blitz, wenn ihr also eure Waffe mit Blitz ausstattet, habt ihr hier nochmal deutlich mehr Damage. Wir werden keinen Widerstandsmodifikator drin haben, wir machen das Ganze ohne Widerstand, denn der Schlüssel zum Erfolg ist so viel Leben wie möglich. Und damit steigen wir einmal ein. Ich habe das Ganze nicht mit Ajax gemacht, sondern mit Bunny. Ich möchte euch hier einmal zeigen, Ajax hat 23.000 Leben, ist Stufe 25, wurde noch nie resettet, das ist ein komplett frischer Char und solche hohen Lebensstände sind definitiv auch für neue Chars möglich. Mit wem ihr das Ganze am Ende durchführt, ist vollkommen egal. Ihr solltet so viel Leben wie möglich haben. Verteidigung ist egal, Widerstände sind egal. Um diese Werte hinzubekommen, solltet ihr auf jedem eurer Komponenten Lebenspunkte drauf haben. Das Beste wäre natürlich so wie hier, ein Doppel-Lebenspunkte-Boost. Der ist allerdings so selten und ihr seht, ich habe den auch nicht drauf, aber überall so viel Leben wie möglich und dann solltet ihr diese Werte hinbekommen. Bei den Nachfahren-Modulen, das Wichtigste, erhöhte Lebenspunkte, sollten eigentlich alle haben. Und ich habe hier einmal Lebenspunkte-Verstärkung, denn das hat den höchsten Wert an Lebenspunkten. Zusätzlich sekundärer Slot, der ist noch nicht aufgewertet, daher nur 10 zusätzliche Module. Alternativ könnte man auch dieses Modul hier nutzen. Hier haben wir allerdings weniger Lebenspunkte, aber wenn ihr Fähigkeiten einsetzt, habt ihr hier nochmal eine längere Dauer drin. Prinzipiell mache ich jeden schweren Boss mit den beiden Modulen, reicht vollkommen aus. Dann habt ihr einen dicken, fetten HP-Boost und das ist eigentlich der Schlüssel zum Erfolg. Dann solltet ihr auch im Damage-Bereich was Vernünftiges haben und zwar 400.000 DPS solltet ihr mindestens haben, wenn ihr jetzt in die Kategorie der schweren Bosse vorstößt. Am wichtigsten, um einen hohen DPS hinzubekommen, ist Feuerrate maximiert, dann verstärkter Drall maximiert und Wirkung und Gegenwirkung maximiert. Feuerrate steigern und verstärkter Drall droppt eigentlich so gut wie überall, wenn ihr im schweren Schwierigkeitsgrad seid, solltet ihr das haben. Wirkung und Gegenwirkung bekommt ihr, wenn ihr beim unfruchtbaren Land hier oben im Geheimbereich diese Mission macht. Ob schwer oder normal ist vollkommen egal. Für den Abschluss dieser Mission bekommt ihr zu 30% dieses Modul. Problem ist, dieses Modul kann für sämtliche Munitionskategorien droppen. Ich habe glaube ich so 20-25 Minuten mit Bunny hier gefarmt, bis ich dann für jede Schadenskategorie dieses entsprechende Modul hatte. Und diese drei Module pushen euren Damage enorm. Zusätzlich könnt ihr entweder wie bei mir auf kritischen Schaden gehen. Das ist eine Möglichkeit oder ihr, wo haben wir es denn, geht auf Schwachpunkt. Genau, hier haben wir Schwachpunktschaden. Das könnt ihr auch einsetzen, also entweder kritisch oder Schwachpunkt. Am wichtigsten sind wirklich diese drei Module und den Rest könnt ihr zusammenbauen, wie ihr möchtet. Dadurch, dass diese Waffe basemäßig Elektroschaden drin hat, habe ich jetzt kein zusätzliches Modul für Elektroschaden mit reingenommen. Ist aber auch definitiv etwas, was ihr machen könnt. Und als ich den Verschlänger platt gemacht habe, hatte ich knapp 400.000 DPS. Jetzt sind es deutlich mehr. 400.000 solltet ihr aber auf jeden Fall haben. Wenn ihr diese Module habt, wenn ihr diese Module einsetzt, solltet ihr den nötigen Schaden haben. Habt auf jeden Fall das nötige Überleben, die nötige HP. Und ihr werdet gleich sehen, dass alles, was der Verschlänger macht, im Grunde genommen problemlos von euch gefressen werden kann. Ihr könnt sogar, wenn er eine Giftpfütze macht und dort jemand drinnen steht, könnt ihr ohne Probleme in die Giftpfütze reinlaufen, denjenigen wiederbeleben, ohne Angst haben zu müssen, dass ihr sterbt. In dem Sinne, ich bin durch mit der Theorie, lasst uns einmal das Gameplay anschauen. Es ist kein perfektes Gameplay. Ich möchte euch aber auch zeigen, dass man mit einer nicht perfekten Spielweise solche Bosse auch besiegen kann. Wir steigen einmal ein mit Bunny. Und die Mechaniken sind im Prinzip so wie auch auf normal. Nur, dass er jetzt mehr Lebenspunkte hat, ein bisschen mehr Damage raushaut. Aber ansonsten alles wie bekannt. Wenn er uns attackiert, springen wir durch die Gegend, sodass wir möglichst wenig Damage fressen. Bei mir wird sehr häufig das Schild brechen, weil ich so gut wie kein Schild habe. Dafür aber einen dicken HP-Balken und der wird uns vor allem retten. Wenn ihr Schwachpunktschaden drinne habt, solltet ihr natürlich auf den Schwachpunkt zielen und draufballern. Habe ich nicht drinne. Ich habe kritischen Schaden drinne. Macht aber natürlich auch Sinn, dann auf die Schwachpunkte zu gehen. Selbst mit dem kritischen Damage. Unter der HP-Balkenleiste, der rote, haben wir so einen lila Balken. Wenn ihr bei 4 Minuten angelangt seid, sein Schild nicht gebrochen ist und auch von der HP-Anzahl noch nicht wirklich viel weg ist, dann macht es eigentlich fast keinen Sinn mehr, hier weiterzumachen. Und so wie eben auch gesehen, bevor der lila Balken voll ist, sollten wir auf jeden Fall auch genügend Munition haben, damit wir dann gleich, wenn die Kuppeln auftauchen, keine Probleme haben bzw. auch weiter Damage machen können. Und wenn gleich der Balken voll ist, beginnt der lustige Part. Im besten Fall greift sich jeder eine Kuppel und haut dann dort quasi das Ding einmal weg. Was da drinne ist, klappt nicht immer. Manchmal ist man dann auch zu zweit oder zu dritt in so einer Kuppel. Das frisst ein bisschen Zeit, aber ist prinzipiell auch möglich. Gut, hier ist der Cooldown noch nicht um. Aber die Kuppeln sind da. Shit. Dann düsen wir da einmal schnell hin. Einer liegt am Boden. Das ist natürlich auch wieder best case. Dadurch, dass mein Magazin ein bisschen klein ist, muss ich da drei Magazin-Ladungen reinballern. Als Bunny immer schön den Impuls anmachen, um die kleinen Viecher hier umzuhauen. Von denen bekommen wir Munition. Dann müssen wir quasi nicht zurücklaufen, wenn sie denn droppt. Und natürlich auch HP, um dann auch unseren deckten HP-Balken immer wieder aufzufüllen. Und der Verschlinger hat sich jetzt ziemlich hochgesaugt wieder mit seiner HP. Es sollte aber dennoch kein Problem werden. Wie gesagt, wir sind noch nicht bei der 4-Minuten-Marke angelangt. Sein Schild ist gleich weg. Und dann fangen wir wieder an, seine HP runterzuziehen. Zwei- bis dreimal werdet ihr die Kuppel eigentlich haben. Wenn ihr sie öfter habt, dann ist das kein gutes Zeichen. Aber wie gesagt, 4 Minuten ist ungefähr so die Messlatte, wo ihr dann schauen könnt, ob das Team ordentlich Damage macht oder nicht. Solo ist er, wenn ihr die Module habt, die ich euch vorgestellt habe, wenn ihr den Schaden habt, den ich euch vorgestellt habe, auch gut machbar. Weil über euren HP-Balken habt ihr alles, was ihr braucht, um seine Angriffe zu überleben. Und ihr könnt auch dreimal sterben. Danach bekommt ihr sowieso nochmal ein bisschen Munition. Seid wieder vollgeheilt. Also Solo macht es auch durchaus Sinn. Wenn meine Luna fertig ist, werden wir das Ganze auch einmal Solo machen mit einem komplett frischen neuen Schaden. Wir machen natürlich wieder weiter Schaden auf alles, was geht. Schwachpunkte oder ganz normal. Solange er uns nicht anvisiert, haben wir alle Zeit und alle Ruhe der Welt. Sobald der Impuls wieder fertig ist, aktivieren wir ihn, um ein bisschen mehr Damage auf den Boss zu machen. Und auch, um die kleinen Viecher, die überall rumlaufen, platt zu machen. Ihr seht, selbst wenn man zwischendurch immer wieder zurückläuft und Munition auffüllt, wenn man den ausreichenden DPS-Wert hat von 400.000, ist das kein Problem. Und ihr seht jetzt auch an den Teamkollegen, ich will die jetzt nicht blamen oder irgendwas. Aber wenn ihr halt keinen vernünftigen HP-Pooler habt, liegt ihr hier permanent im Dreck. Und das ist eigentlich auch mit das Schwierigste oder die einzige Möglichkeit, hier zu versagen, wenn das gesamte Team permanent down ist. Dann habt ihr wenig Zeit, Damage auf den Boss zu machen und müsst dann die ganze Zeit Leute aufsammeln. Er ist jetzt fast down, das heißt, wenn wir diese Kübel jetzt hier umhauen, selbst wenn er sich ein bisschen vollsaugt, haben wir immer noch genügend Zeit, das Ganze zum Abschluss zu bringen. Wenn sich jetzt jeder ein dieser Kübel gegriffen hat, ist das kein Problem, dauert jetzt ein bisschen länger. Die Kuppeln sind alle down, wunderbar. Wir sind gleich bei vier Minuten. HP-Balken sieht gut aus, Schild ist nicht da, Munition ist wieder ausgegangen, wie immer. Dann holen wir uns eben nochmal schnell Munition. Aber ihr seht, dieses Gameplay ist deutlich davon entfernt, perfekt zu sein. Achtet darauf, dass ihr nicht drauf geht. Ballert auf den Boss drauf, wann immer es geht. Wenn ihr euch anvisiert, wenn ihr euch angreift, springt durch die Gegend, weicht permanent aus, bis die Agro auf jemand anders fällt und dann solltet ihr das hinbekommen. Wenn das in einem Team überhaupt nicht funktioniert, dann versucht es einfach solo. Wie gesagt, mit den Modulen, die ich euch vorgestellt habe, wenn ihr das drinnen habt, solltet ihr ihn auch solo ohne Probleme besiegen können. Und da ist er auch schon down. Viel Erfolg beim Nachmachen und ich wünsche euch viel Glück dabei. Bis zum nächsten Mal.